Hey! Hi! Bobo, du Pfeife! Ja bitte, was kann ich für dich tun? Möchtest du nächste Runde mitspielen? Bei Dead by Daylight? Ja! Tod bei Tageslicht. Ja, warum nicht? Tag bei Todeslicht. Ja bitte. Irgendwie macht sich gerade so ein Gefühl der Enttäuschung in mir breit. Kannst du mir sagen, wieso? Weiß ich nicht, du hast wahrscheinlich schon wieder die BlizzCon geguckt. Das! Immer wieder! Der Ablo ist schlimmer als der Holo... Ja, knapp daneben. Die BlizzCon war schlimmer als der Holocaust. Ich hab'n Jen in die Luft gejagt, ich krieg' gleich Besuch. Ich versteh' den Vergleich nicht, der Holocaust hat nie existiert. Den gab's nicht. Die BlizzCon leider schon. Nee, nee, den gab's nie. Die BlizzCon. Das war's für heute. Nein, nein, nein. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Weißt du nicht. Wir haben eine Besserung. Jungen! Ah, sie wollen nicht. Ich bin nicht. Alles, was du! Nice. No. Nooo. Was? Nooo. Easy! Was easy? Ich weiß, ich hab die Spiel. Das war halt die allerletzte Sekunde, ne? Wie man das Play of the Game gebracht hat. 8 Minuten 30 auf dem Payload, ey. Mama, du hast viel getan. Aber dass wir das noch gewonnen haben, ey. Wir haben verloren. Dir ist klar, dass wir verloren haben. Oh, Tatsache. Oh ja, Tatsache. Naja. Ass mich. Sie will nicht. Alter, der Leck. Ja. Du hast hässliche Augen, Bitch. Hat sie mich gesagt. Du musst ja nicht gleich so ausfeind werden. Hat sie verdient. Alter, was machst du denn? Ah, Diablo Monopoly, Junge. Ich geh direkt in die Hölle. Geh nicht überlos. Ich kenne nur ein gutes Diablo und das ist das neue Diablo Immortal. Nein, Diablo Monopoly. Lauf mal geradeaus weiter, bitte. Okay, Mute. Schaut. Schaut noch einer auf. Noch einer schaut auf. Papa. Einer ist Toilets. Toilets da, wo der durchkam. Ja. Ich muss sagen, ich hab selten viel Spaß mit dir zuzuschauen. Nicht, weil du wie reinpackst oder so, oder weil du lustigst Dinge passiert. Schön, Arthur. Ich würde auch sagen, ist relativ wichtig, ob die Füße gewaschen sind oder nicht. Wenn ich mit den Füßen nicht interagiere, dann ist mir das egal. Das heißt, deine Füße sind immer ungewaschen? Nein, mit meinen Füßen interagiere ich ja. Aber Johannas Füße sind mir egal. Was kackst du dir jetzt so ein, Lüppi? Ich muss gerade einfach nur lachen, weil du irgendwie lacht irgendwie. Lüppi, was hast du gerade für ein Kopfkino? Das einzige, was ich Johannas Füßen wünsche, ist, dass sie nicht kaputt wird. Ach so. Aber ansonsten interessieren die mich nicht so besonders. Ach, das ist ja toll. Mhm. Was lachst du denn, du? Wir sind in der Pubertät. Füße scheinbar hüppi irgendwas zu triggern. Hast du nicht nur einen Finger, sondern auch einen Fuß in den Arsch bekommen, oder was? Ich finde den Gedanken auch ziemlich witzig, dass du den ganzen Fuß in den Arsch aus bist. Ich finde den Gedanken auch ziemlich witzig, dass du den ganzen Fuß in den Arsch aus bist. Ich habe festgestellt, auf dem Rechner läuft nur Overwatch und LoL und C. Die Wissenschaft hat festgestellt, 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 dass Margarine Koks enthält, Koks enthält. Wie findest du den neuen Held? Ich bin Rap, ich bin sowas von Rap, ich bin 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 Rap. Immer noch nicht RIP, immer noch nicht RIP. Bitte sag mir, du hast die Palette nicht. Die Palette ist weg! Ja, die ist weg! Ja, die ist weg! Ja, Johanna, guck mal da! Da! Ja? Hiecht ein richtiger Kack-Noob! Macht jemand Adcode-Intensivkuss! Das war's wert, oder? Absolut! So, ich hab zwei Totems! Oh, du hängst die Kinder! Guck mal, da hängt ein richtiger Kack-Noob! Baba, das ist ja scheiße, was du da machst! Das ist eine nette Info zum Glück, ich bin da nämlich gerade hin gerannt! Oh, fuck! Oh, Jesus! Nein! Warum hält die sich? Hey, Baba, hast du überhaupt schon mit dein Leben abgeschlossen, oder eher nicht so? Ich weiß nicht, was... Das ist so ein halber Camper, ich hab das gemacht. Oh nein! Ja, ich hab mit meinem Leben abgeschlossen. Hast du verkackt, oder was? Ja... Ja, geh, geh! Hey! Oh! Wie viel verkluckt der denn? Kann ich dir gleich sagen? Ich sag neun! Oh, warte! Lass dich um eins vertan! Jetzt mach noch acht! Also ich hab jetzt schon alles in zehn! Ja, ne, zehn ist ein bisschen hoch! Der Exit denn offen, der andere? Ja! Bist'n beide offen sind, ne? Noah 2, Fanatophobia 2, Bittermärme 1 Ja, rechts, 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 nach rechts laufen Das ist nicht rechts Vielleicht ist das rechts Du bist nach links gelaufen Du lachst immer noch nach Immer noch zurück, andere Richtung Hä, ich guck dir gerade zu Hier, siehst du mich Du meinst direkt auf die rechte Seite, okay Habt ihr's? Könnt ihr rausgehen? Jetzt rennt sie zu dem Ausgang Bin hinter ihr Abklappen Danke Hi Bring dir den mit Wo sollten die anderen Hat jemand von euch noch drauf gemacht? Er will einfach nur gegen die Jen gehen Was ein massive disrespect Oh, du schenkst Ich schwör's dir, der ist riesig pissen Oh, er kommt Scheiße, schaff ich nicht Was für ein Korkblock Oh, oh, jetzt ist er sauer auf mich Ich bin überrascht Da hinten ist ein Jen Ist hier drin Totem? Ich mein, es ist ja immer ein Freddy Ich glaub, da sollte man alle Totems klären, oder? Alter, der swingt aber sehr ambitious Ist er ein Swinger? Ja Ah, wollte ich auch sagen Ah! Ah! Fotze Ah! Ah! Es tut so weh! Was zur Hölle passiert hier gerade? Es war einfach wieder so enttäuschend da Er hat mich in Ruhe gelassen Eben tat es anscheinend auch weh Wollte ich gerade sagen, Alter Mich wundert's nicht idéer Entschuldigung und